Moin moin, ich zeig dir heute, wie du eine Karte für deine Minecraft Welt baust. Das geht ganz einfach. Im ersten Schritt gehst du einfach an die Werkbank hier, baust dir einen Kompass. Das geht easy, indem wir einmal Redstone in die Mitte packen und so ein Kreuz drumherum mit Eisen machen. Den legst du im zweiten Schritt in die Mitte, machst einmal Papier drumherum, so dass wir eine Locator-Karte hier bekommen. Eine leere Locator-Karte. Rechtsklick, sehen wir die Karte. Jetzt sehen wir das ganze Gebiet um uns rum auf der Map. Die ist natürlich noch ein bisschen klein. Im zweiten Schritt kannst du an einen Kartentisch gehen. Die Karte hier oben reinpacken. Unten drunter einmal Papier und schon können wir das Ganze verkleinern. Was müssen wir als nächstes noch machen? Wir brauchen noch eine Locator-Karte. Und zwar machen wir dafür wieder einen Kompass. Den haben wir schon hier vorbereitet. So, selbes Spiel hier. Wunderbar. Haben noch eine leere Locator-Karte. Damit können wir hier an den Kartentisch gehen. Unsere Karte, die wir haben, oben reinlegen. Die leere unten reinlegen und kopieren sie. Und so haben wir zweimal dieselbe Karte für dich und einen Freund.